Yo Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, hier sind schon am Titel. Wir machen heute noch was richtig Gutes, denn wir gucken uns heute nochmal Fortnite, Funny Fails und richtig geile Trickshots an. Zusammen mit Rebi, was geht? Hallo. Geht das auch ein bisschen motivierter? Ich bin dabei, gerade ein Insta-Sory zu posten, sorry. Und warum muss das genau passieren, wenn ich gerade aufnehme? Hey Leute, was geht? Wir nehmen gerade ein Video auf für AVIVE. Können wir anfangen? Ach ja, Free Promo in deiner Story, Digga. Dann natürlich sehr gerne. Machen wir gerne. Ja, gut. Leute, wie gesagt, wir machen heute noch... Leute, lassen wir anfangen. Kann ich jetzt mal bitte reden, Junge? Nee, kannst du nicht. Leute, wir gucken uns heute nochmal lustige Fortnite, Funny Fails an. Falls ihr Bock habt, tragt mich noch gerne als Creator in eurem iTunes-Shop ein. Hier gibt es keinen Stopp. AVIVE mit drei I. Ich glaube, es sind Funny Fortnite, lustige Fails. Kuss. Funny, lustige Fails, Fortnite. Kuss. Fortnite, funny, lustige Fails. Dann würde ich sagen, Junge, seid mal leise. Wir fangen jetzt an, Leute. Let's go. Funny, lustige Fails, let's go. Okay, Leute, let's go. Okay, er hat schon zehn Kills. Und er baut auf jeden Fall auf einem anderen Level krass. Nee, überhaupt nicht, Digga. Ja, deswegen sage ich es ja. Was macht er da? Ein Schuss und er ist weg. Alles klar, Digga. Digga, was? Ja, das war krass, aber Lukas, mach bitte weiter, okay? Alter, Leute. Oh mein Gott. Okay. Was macht er? Er kriegt sich hin. Hol es doch! Jetzt schon zu spät, oder? Ja. Und die Zone macht mehr Schaden. Schade. Eine Zehn Kills. Digga, ich hasse das aber, Alter. Ich hasse das aber mit diesen Scheißdingern, Digga, mit den Madfax. Die liegen, also generell, wenn so viele altes übereinander liegen, ist es ultra stressig teilweise. Die haben da irgendwas dran geändert. Okay, Leute, ihr seht es gerade im Hintergrund. Es kamen ja auch neue Skins raus. Ja, Mann. Lol, Digga, das habe ich noch nie ausprobiert, aber ich glaube, das ist echt gut, ne? Echt? Ich habe es schon gemacht, Digga. Das klappt richtig gut, tatsächlich. Lol, das sieht genau so aus. Ey, er muss einfach aufs Klo in seinem Stream, Leute, und bleibt jetzt einfach da. Lieb's. Kommt direkt ein Gegner von rechts. Hast du gerade gehört? Ne. Doch, ich höre Steps. Lol. Lol. Und er guckt doch noch. WTF, Alter. Digga. Digga. Ey, halt's Maul. Das fällt ja wohl auf. Ey, das kann mir doch keiner erzählen. Oh mein Gott, Digga. Die stehen da ja nicht mal in-game. Was ist das? Aber es ist auch No-Skin, muss man aber dazu sagen. Er will abbauen. Lol. Ja. Junge, Alter, der Arme. Da hinten kommen die Mates. No. Alter, kranker Scheiß. Wobei, die blaue Pappen wieder am Start. Zum Glück, Junge, zum Glück. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich zocke inzwischen mehr mit der Scheiß 9. Oh. Oh, schön. Und Falle. Das war ein ganz starkes Play, Digga. Das war ein ganz starkes Play. Das war ein ganz starkes Play, Digga. Das war ein ganz starkes Play. Und Falle, und Falle. Nee, nee, er geht nicht rein. Digga, das war schön. Das war richtig schön. Was hat der vor? Oh. Und er ist trappt. Und jetzt kommt die Trap, oder? Und aufgeeditiert. Tschüss. Wirklich. Aber ein guter, Digga. Ja, war ein guter Kill. Es ist so hart. Huch. Oh mein Gott. Als ob. Was ist das für ein Spieler, Junge? Was ist der mit dem? Ah, bester Skin, Digga. Bester Skin, Junge. Der Lachler im Skin. Lieb ihn. Ich habe ihn auch. Ich liebe ihn. Ja, ich habe den leider nicht. Ja, selber schuld. Ja, scheiße. Was macht der denn? Der ist sogar gar nicht. Oder ist er ein Gegner? LOL. Ha, Bruder. Oh mein Gott, Digga. Das war nochmal 400.000 IQ, Digga. Das war richtig clever. Uff, der 100er. Oh, Digga. Nice, Digga. Aber leider ein Hordspieler. Kann man nicht. Also, gut. Was soll man da machen? Ein Hordspieler wird dazu weggelasert, ne? Hordspieler kann man nur so auseinandernehmen. Ist das nicht euer Dingens-Clan? Macht ihr jetzt nicht mit dem Mix zusammen? Das ist der von Miki. Und hier ist der Chat. Alter, und irgendein random Dude hat gewonnen. Safe, oder? Aber auch Worts. Ah, ne, das... Das ist ein anonymer Spieler. Ja. Oh, Digga. Tfew. Grüße gerne an der Stelle nochmal raus. Denn der hat mich beim Fortnite Pro einfach gekillt, Digga. Irgendwann kommt die Rache. Ja, und... Ja, Lukas. Wie realistisch ist das, dass du diesen Menschen jemals wieder in deinem Leben siehst? Digga, wir sind gelandet auf einer Waffe. Und er hat einfach schneller die in der Hand gehabt wie ich. Sonst hätte ich den direkt... Okay. Ist ja auch egal. Egal. Ja. Guck, das wär ich gewesen, Digga. Er trifft nicht. Huch. Loll! Oh mein Gott, Digga. Ja! Inhuman Reactions, Digga. Pfeifer, Digga. Gib ihm. Und wir schlettern. No. Und Trap. Der stark, Digga. Und die Trap. Und er hat keine. Ein HP. Ein HP. Digga, er kann sich weggranaden. Jetzt editieren wir noch Warm Pump, Digga. Mit der neuen geht's. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Stark, Junge. Sehr stark, Digga. Sehr stark, Digga. Sehr stark, Digga. Sehr stark, Digga. Die Granaten sind echt nice, dass die wieder drin sind. Oh. Loll! Das sind drei! Drei! Macht dir jetzt immer noch sauviel Damage. Weißt du nicht, wie die kommen wird. Die kommen ja auch in den Schaden. Alter! Alles war krank. Oh mein Gott. Liebe diese Nate, Digga. Ich bin so froh, dass sie wieder da ist. Guckst du dir an. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Und nochmal die Nate, komm. Ja, der draußen ist gestorben. Auf Wiedersehen. Oh, der war richtig lecker. Auf Wiedersehen. Er hat einen Baller hinten dran, Junge. Wollt ihr noch die Karte von seinem Mate oder was machen die jetzt? Loll! Oh mein Gott, was? Loll! Er stirbt aber bestimmt, ne? Alles klar. Ich glaub nicht, wenn der Baller los ist, schafft er es. Auf easy einfach schon. Sieben. Oh. Und tschüss. Aber jetzt auf der Zip-Line landen. Oh mein Gott. Ne, er geht auf den Ding und sagt. Auf den Geysir. Ja. Geisteskrank, Junge. Oh! Loll! Well, nice played. Oh. Sieg, dafür liebe ich dieses Game, so dass Leute Momente gibt. Boah, Junge, was? Wie er editet. Andere Maschinen, Digga. Aber er drückt auch gar... Oh! 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 Das war nackig. Und der Letzte. Komm, ich gönn's dir, Bruder. Er muss nachladen. Der Arme. Oh! Ja, Moin, Junge. Ja, Moin. Schade der Spieler. Boah, er kann nicht mehr aussagen. Oh, Digga, er ist Wortschiff. Oh, Digga. Boah, Digga. Last second gerade, Leute. Alter Schöne. Ich muss das auch mal öfters machen. Jetzt, wenn die wieder da ist. Einfach viel zu nice, Junge. Schaut, dass es Jakob immer noch draußen ist. Wir so gerne, dass hier keine Moke mehr kommt. Hat einfach jemand keinen Bock mehr gehabt. So reicht's. Jetzt bis zu den 10 Minuten passt. Oh, ja. Ah, ja. Bruder! Digga, guck dir diesen Bloom an. Faceclad! Guck dir diesen Bloom an, Junge. Das war kein Bloom. Der hat echt daneben geschossen. Digga. Es war Bloom. Ich schwöre dir, es war Bloom. Guck mal. Er war komplett drauf. Er war komplett drauf. Schau mal, jetzt. Siehst du das? Hundertprozentig drauf, Digga. Okay, warte, ich guck. Und das ist Orlando Bloom, sein Onkel, Alter. Guck mal, siehst du das? Ja, okay, ja. Er ist drauf, Digga. Er ist drauf. Oh mein Gott, wie unlucky, Alter. Wie unlucky, Junge. Ja, Moin, Digga. Ähm, okay. Was macht der? Digga, get der doch die Cone. Äh, die Cone. Alles klar. Oh! Und die Trap. Oh mein Gott, Digga. Was für ein Play. Nice Play. Okay, der wird schon irgendwo... 35 Leute noch. Und Trap. Nee. Oh, Digga, der hat einen dicken Laser. Ah ja. Ab geht's auf Trombolinen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Wie belastend, Alter. Wie belastend, Junge. Aua, schmerzhaft. Oh! Oh, ehrenlos. Hä, warte mal, war das dieser unsichtbare Boden? Ja, er stand halt in dem Boden drin. So weiß, dass der Boden halt, dass man halt durchfallen kann. Weil er halt auf dem Cone drauf stand. Oh, Junge, wie belastend. Er landet ja oben. Nimm ihn! Was macht der? Hä, oh, Schießertypen. Du hast doch ne Waffe, Digga. Er hat doch ne Waffe! Ich krieg's so Leute nicht, ne? Aber da passt der Skin einfach. Dinger. Er hat sogar Shadow Air. Er hat ne Pumpgun, Bruder. Belastend, Alter. Die Nate wird sich an der Stelle mal gegönnt. Nate kills dann auch so schmackhaft, Digga. Und killt sich damit selber. Gut, Bruder. Da musst du doch schon da weggehen, wenn du deine Nate hinwirfst, ne? Ja. Gut. Ich glaub' auf jeden Fall Controller Spiele. So. Sogar Playstation. Oh mein Gott. Auf Wiedersehen. Trash, Digga. Schmerzhaft. Schmerzhaft. Krise. Auch belastend. Ich liebe diese scheiß Schockwolf-Kanaden, ne? Ne, ich glaub' nicht. Der 31er, White Life. Und ab jetzt. Nein, Junge. Alter, ich würde so meinen PC kaputt schlagen, ne? Was macht der hier? Lol. Ah ja, Bruder. Bisschen Teleportation. Wollen wir da helfen, oder nicht? Äh, Digga. Bisschen hoch, bisschen hoch. Warum ist der so groß? Lol. Lol. What the fuck? Ja. Fortnite Bugs? Nein. Lol. Man kann nicht doch, man kann's kaputt schießen. Man kriegt's nicht. Auf jeden Fall, ja, Leute. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da die Tage kommt. Auf jeden Fall noch das Vlog-Video aus L.A., Leute. Weil ich war ja beim Fortnite Pro-Aim und hab da... Naja. Ich hab jetzt halt nicht wirklich rasiert. Ich bin relativ schnell gestorben. Aber, äh, was da genau passiert ist, seht ihr an? Das ist der Vlog, Leute. Ich würde sagen, schau doch... Ich mach meine Face-Game jetzt aus. Ja. Schaut auf jeden Fall auch gerne bei Revi vorbei. Der ist halt immer top motiviert bei meinen Aufnahmen dabei. Grüß ich gerne an der Stelle raus. Ich hoffe mal, wir haben dann, äh, zu der Zeit jetzt auch die 10 Minuten erreicht. Dann kann ich nämlich hier auch mit einem guten Gewissen jetzt aufhören. Leute. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Wie gesagt. Creator-Code-Walf-Betrain. Nicht vergesst, ich küsse eure Augen. Wir sehen uns. Haut rein. Und Peace. Honey, ein bisschen weiter san, um? Akst 3, 10. Hier sind die eine quantity.